Hallo, schön, dass du das Video anschaust. In diesem Video schauen wir uns die Hardware näher an. Ich habe mir alle Informationen von etlichen Seiten zusammengesucht und für euch aufbereitet. Zur Warnung, das Video ist nur für technisch Interessierte interessant. Alle anderen werden höchstwahrscheinlich einschlafen. Und los geht's. Im Unbox-Video habe ich einige Komponenten gewogen und bin insgesamt auf stolze 260 Gramm gekommen. Was für ein Smartphone wirklich viel ist. Da es aber schon eher ein Pocket-Computer ist, sind 260 Gramm gar nicht mehr so viel. Das ist wohl eher eine reine Ansichtssache. Ich habe das Smartphone einmal selbst vermessen. Da bin ich auf eine Breite von 76,5 mm gekommen, auf eine Höhe von 153,1 mm und eine Tiefe bzw. Dicke von 15,7 mm. Mit diesen Abmessungen habe ich auch eine Hülle bestellt. Ich hoffe, es passt alles. Fangen wir mit dem Bildschirm an. Es handelt sich dabei um ein 5,7 Zoll ASI-Bildschirm von Mantix. Der ASI-Bildschirm hat Vorteile, zum Beispiel im Stromverbrauch, da die Flüssigkristalle sehr lichtdurchlässig sind. Solche Bildschirme werden aus technischen Gründen nur bis zu einer Pixeldichte von 300 dpi eingesetzt. Dieser Bildschirm hat eine Dichte von 282 dpi, daher kein Problem. Der Bildschirm macht wirklich einen sehr schönen Eindruck. Mit einer Auflösung von 720 x 1440 Pixeln und 60 Hz und einer Helligkeit von 1500 zu 1 habe ich persönlich momentan keine weiteren Wünsche. Obwohl, der Bildschirm verfügt nicht wie gewohnt über eine Art Gorilla-Glas, sondern hat einen auf Plastik basierenden Schutz. Daher würde ich je nach Umgang zu einer Schutzfolie raten. Eingesetzt wird ein Cortex 53. Das heißt, es handelt sich um einen 64-bittigen Arm V8 mit 4 x 1,5 GHz Taktung und einem 1 MB großen Level 2 Cache. Der SOC wird im 28nm-Verfahren hergestellt. Der SOC trägt den Namen IMX8M und wird von NPX hergestellt. Neben der Grafikeinheit verfügt er ebenfalls über einen Cortex M4F, der mit 266 MHz getaktet ist. Der SOC wird auch in der Automobilbranche gerne eingesetzt. Daher gibt es kleinere Verteilungskämpfe und lässt scheinbar die Auslieferung vom Librum 5 weiter verzögern. Was gut ist, NPX bietet Support für den SOC bis 2028. Das sollte uns erstmal reichen. Im SOC ist ebenfalls eine Grafikeinheit verbaut. Dabei handelt es sich um eine Vivante GC7000 Lite. Die Grafikeinheit verfügt über 16 Mega Shaders und ist mit 800 MHz getaktet. Ich habe irgendwo gelesen, dass auch 1 GHz möglich sein sollten. Mal schauen, ob da noch was kommt. Es können über die Grafikeinheit vier Full-HD-Bildschirme angeschlossen werden, was meiner Meinung nach noch zu beweisen wäre, oder ein 4K-Bildschirm mit 60 Hz, was inzwischen bewiesen wurde. Im Prinzip unterstützt die Grafikeinheit OpenGL 3, OpenGL ES 3 und Vulkan. Aber der quellöffene Treiber kann die Funktion nicht bedienen und bleibt bei OpenGL 2 hängen. Da könnte eventuell nochmal was in der Zukunft kommen. Was auch unterstützt wird, ist Hardware-seitiges Decoden in Full-HD mit 60 Hz mit dem Codex H.265, H.264, H.P.9 und H.P.8 und Encoden auch in Full-HD für den H.264 und H.P.8. Sehr wichtig ist aber auch zu erwähnen, dass Quäkchen auf dem Telefon lief und seitdem ist es offiziell ein richtiger Computer. Beim Arbeitsspeicher haben wir mit 3 GB eine ordentliche Speichermenge. Mehr ginge zwar, aber dieser ist deutlich teurer und würde den Preis des LIBUM 5 unnötig in die Höhe treiben. Der DDR4-Speicher ist zwar mit 2133 MHz eigentlich schneller, durch die CPU ist die Anbindung aber auf 1600 MHz beschränkt. Im LIBUM 5 ist ein eMMC-Speicher von Kioxia, ehemals Toshiba, mit 32 GB verbaut. Der Baustein erfüllt zwar den Standard eMMC 5.1, wird aber durch den Sock leider nur per 5.0 angesteuert. Auf der Rückseite haben wir eine Samsung-Kamera mit rund 13 Millionen Pixel, einem 1 Drittel Zoll CMOS und die Blende liegt bei 1,9 und einer Brennweite von 28 mm. Der Autofokus arbeitet ab 10 cm aufwärts und der Aufnahmewinkel liegt bei 81,5 Grad. Dazu gibt es noch ein warm-weißes LED-Blitzlicht, was mich überrascht hat, da inzwischen alle nur noch kalt-weißes LED-Licht nutzen. Die Frontkamera SK Hynix hat 8 Millionen Pixel und einen 1,25 Zoll CMOS. Eine Angabe für die Blende konnte ich nicht finden, aber der Aufnahmewinkel liegt bei 83,3 Grad. Der Autofokus arbeitet hier in einem Bereich zwischen 28,9 und 65 cm. Beide Kameras funktionieren noch nicht, aber die Treiberentwicklung ist voll im Gange. Ein erstes Bild gibt es schon. Nicht erschrecken. Es ist in einer Auflösung von 640x480, aber immerhin schon in Bund. Zur Ortungsbestimmung wird der Chip Teseo Live von ST Microelectronics eingesetzt. Er kann sich da Signale der folgenden Navigationssysteme bedienen. Dem bekannten Navstar GPS der USA, aka GPS, dem europäischen Galileo, wo schon 24 von 28 Satelliten aktiv sind, dem russischen GLONASS und dem chinesischen Baidu, dem japanischen QZSS und zu guter Letzt dem indischen SBAS. Ich denke, damit dürften wir als Reisender eine recht gute Ortsbestimmung hinbekommen. Als Soundchip haben wir den Wolfson Media BM8962 von Cyrus Logic eingesetzt. Der Chip ist für die beiden Mikrofone, die beiden Lautsprecher und den Klinkeranschluss zuständig. Der Chip LSM9DS1 von ST Microelectronics hat drei unterschiedliche Sensoren. Ein Beschleunigungssensor, damit er messen kann, wenn man ihn schüttelt oder wegwirft. Ein Winkelgeschwindigkeitssensor, um Neigungen zu messen, zum Beispiel für Steuerung. Und ein Magnetfeldsensor, bekannt als Kompass. Das Telefon verfügt über ein Umgebungslicht- und ein Annäherungssensor, dem VCNL 4040. Der Umgebungslichtsensor, ALS, also Ambient Light Sensor, wird zur Steuerung der Bildschirmhelligkeit genutzt. Der Sensor misst dazu die Wechselwirkung von Photonen und Materie, um die Umgebungshelligkeit zu bestimmen. Der Annäherungssensor, PS, Proximity Sensor, wird zur Messung zum nächsten Objekt genutzt. Der Infrarotsensor misst die Reflektionen der eigens ausgestrahlten Infrarotwellen und bestimmt damit, wie nah ein Objekt zum Telefon ist. Damit kann man von den Lautsprechern auf die Ohrlautsprecher umstellen. Die berühmten Killswitche des Librem 5 Der erste Schalter ist für das Deaktivieren des Modems, welches für den Verbindungsaufbau zum GSM, UMTS und LTE-Netz zuständig ist. Der zweite Schalter deaktiviert das Wireless LAN und die Bluetooth-Schnittstellen. Der dritte Schalter deaktiviert die Kameras und die Mikrofone. Werden alle drei Schalter deaktiviert, ist auch der GNSS-Chip, also das GPS, deaktiviert. Die RGB-LED vom Librem 5 kommuniziert ein wenig mit dem Nutzer. Leuchtet es rot, wird das Telefon aufgeladen. Blinkt es rot, gibt es Probleme beim Aufladen. Leuchtet es grün, dann ist der Bootloader gestartet. Blinkt es allerdings grün, dann hat der Bootloader ein Bootloop. Leuchtet es gelb, der Bootloader ist gestartet, aber der Kernel erhält zu wenig Strom. Leuchtet es blau, gibt es neue Nachrichten. Leuchtet es pink, lädt es gerade und es gibt neue Nachrichten. Der USB-C-Anschluss kann sowohl zum Austausch von Daten als auch zur Stromversorgung genutzt werden. Der Chip stellt USB 3.0 bereit, welches theoretisch bis zu 625 MB die Sekunde bereitstellt. Leider aber nicht die CPU. Die ist mit 150 bis 170 MB die Sekunde beschränkt. Der Anschluss eines Monitors verläuft über den Alternative-Mode, Alt-Mode. Ich habe damit via Dock und HDMI meinen WQHD-Monitor angeschlossen. Soweit, so gut. Ob das auch via Displayport geht, müsste man ausprobieren, aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Die Stromversorgung, in dem Fall dieses Aufladen des Telefons, müsste eigentlich mit bis zu 18 Watt möglich sein. Aber momentan ist die Ampere-Stärke zur Akku reduziert. Daher wird nicht mit 3,2 oder 1,5 Ampere geladen, sondern nur mit 0,5 Ampere. Das soll sich aber in Zukunft ändern. Ich denke, da geht man auf Nummer sicher. Und ehrlich gesagt, lieber langsam als laut. Wir haben an dem Telefon ein 4-Pol 3,5 mm Klinkebuchse mit einer CTIA-Belegung. CTIA ist deswegen total doll, weil man damit ein 3-Poling-Kopfhörer anschließen kann. Warum es bei 4-Poling überhaupt zwei verschiedene Standards gibt, keine Ahnung. Ergibt auch irgendwie gar keinen Sinn. Aber ich wollte es mal erwähnt haben. Das Telefon hat, wie fast alle, ein Dual-Slot-Schlitz-Tray-Schubladen-Fach-Dingens, wo eine Nano-SIM und eine Micro-SD untergebracht werden können. Beim Micro-SD können angeblich bis zu einer Kapazität von 2 TB untergebracht werden. Leider ist das Lesegerät per USB 2.0 angebunden und kann also mit viel Rückenwind 40 MB die Sekunde schieben. Spart euch bitte daher teure Karten und investiert die Kohle in eine Schutzfolie und Handytasche oder am besten direkt in eine zweite Akku. Bei dem Thema Modem war ich anfangs irgendwie überfragt. GSM, CDMA, UMTS, HSD, PA, LTE und das alles nochmals in etlichen Frequenzen und Techniken unterteilt. Und dann auch noch die Frage in Verbindung mit welchem Provider. Also eine Frage, die ich mir bisher einfach noch nicht gestellt hatte und auch eigentlich nicht musste. Naja, nützt nichts. Also habe ich alle Modem-Karten, die von Prism zur Auswahl stehen, in eine Liste eingetragen und auch deren unterstützten Frequenzen und Protokolle. Dann habe ich die europäischen Länder genommen und deren Provider und ihre Frequenzen eingetragen. Zum Schluss hatte ich eine gute Übersicht, welche Frequenzen in Europa genutzt werden und wo die Hauptfrequenzen liegen. Die BM818E1 hat zwar das breiteste Spektrum an Frequenzen, welcher aber nicht immer einen Vorteil mitbringt. Die PLS8E hat weniger Frequenzen, deckt aber genauso wie die BM818E1 alle Hauptfrequenzen in Europa ab. Wer sich außerhalb von Europa bewegt, der sollte die Modems eventuell noch weitergehend vergleichen. Die BM818E soll eine höhere Downloadrate von bis zu 150 MB haben. Die PLS8E hingegen wird mit 100 MBit angegeben. Beim Upload liegen beide gleich auf bei 50 MBit. Die Dokumentation der Support und die Community soll bei Thales, also bei der PLS8E, um Längen besser sein. Wer sich also mit der Karte auseinandersetzen möchte, greift viel besser zu dieser. Mein PDF gibt es zum Herunterladen in der Videobeschreibung. Auch die ganzen Links zu meinen Quellen. Als WiFi-Karte wurde eine Red Pine Signal RS9116 verbaut, die die Standards A, B, G und N im 2,4 GHz und 5 GHz unterstützt. Dass die Karte kein AC oder AX oder Sonstiges unterstützt, liegt vor allem an der schlechten Treiberunterstützung der Hersteller. Diese Karte nutzt freie Treiber und läuft daher stabil. Die Karte kann ebenfalls Bluetooth und das im Standard 4. Bluetooth 5 kann zwar die Hardware, aber auch hier schaltet es wieder an den Treibern. Das könnte sich also in der Zukunft noch alles ändern. Der Smartcard-Reader ist noch Thema für sich. Mit dem möchte ich mich in den nächsten Wochen in Ruhe auseinandersetzen. Das Telefon verfügt über ein Smartcard-Lesegerät, in dem man OpenPGP-Karten stopfen kann. Diese müssen im 3FF-Format sein, das heißt im Micro-SIM-Format. Diese kann man beim Prism in Shop bestellen oder selbst erstellen. Über den Akku kann man eigentlich nur wenig sagen, da es ein normaler Lithium-Ionen-Polymer-Akku ist, mit 4500 mAh reichlich Kapazität hat und austauschbar ist. Ich komme gerade von meinem Nokia 8310 wieder zurück. Auch dort kann man den Akku auf die gleiche Art und Weise wechseln. Also nichts Neues für mich. Ich verstehe den ganzen Hype darum nicht. Die Laufzeit des Telefon- bzw. Computergeräts oder doch Pocket-Computer liegt momentan bei 8-12 Stunden und soll nochmals verdoppelt werden. Wobei ich persönlich bei einer Laufzeit von 16 Stunden bei normaler Smartphone-Nutzung schon wirklich zufrieden wäre. Es wird an den Themen mit viel Herzblut gearbeitet. Da kommt also wirklich noch einiges. So, da sind wir bei der Hardware soweit durch. Bitte gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da und klickt die Bimmel, damit ihr am Ball bleiben könnt. Was mir beim Erstellen des Videos aufgefallen ist, ist so eine fehlende Definition. Ich finde es teilweise sehr befremdlich, bei bestimmten Themen von einem Telefon oder Smartphone zu sprechen. Da es in der Rolle ja nicht das Smartphone ist, sondern eher der Computer. Das Librum 5 ist genauso ein Smartphone, wie mein Notebook ein Kalender ist. Ich bin noch etwas verwirrt, wie ihr merkt. Aber immerhin glücklich dabei. Ich habe mich vieler Quellen bedient und sich bei einer Person zu bedanken, wäre irgendwie vermessen. Aber ich finde gerade Amos Batto hat sich mit einer Detailverliebtheit einen extra Platz verdient. Vielen Dank für deine Arbeit. In der Purism Community findet man grundsätzlich sehr viel positive Unterstützung, auch bei den dümmsten Fragen. So, damit das Video jetzt wirklich zu Ende. Beim nächsten Video starte ich endlich mal das Smartphone und zeige euch, wie das UI funktioniert und ein paar Änderungen, die ich machen würde, wenn ich so ein Ding in die Hand bekomme. Natürlich auch gemacht habe.